Hallöchen Popöchen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Planeten Rafter mit dem unfassbaren agilen Nidchen und ihren immer noch sehr sexy kurzen Beinen und meiner unfassbarkeit Wie geht das? Warte, 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 so Du, hi Mit mir, dem, ja, egal So, wo war bei Stimmen? Hallöchen, also es ist tatsächlich ein bisschen was passiert Ich wollte hier drauf letztens einfach nur, komm, sammelst du mal ein paar Ärzte, ne, weil die Kisten müssen mal wieder voll werden, ne Äh, und so weiter und, ja Ja, es hat sich was getan Wir haben jetzt ganz schön fette Atomreaktoren Es ging nämlich echt Schlag auf Schlag Kernreaktor Stufe 2 konnten wir bauen Äh Äh, äh, es ist, äh, es ist noch so viel freigeschleißen, oh Gott, ich hör nix Äh, oh, ist das laut Ist das laut, ist das laut, wir müssen es leiser machen hier Eieiei, ganz schön stark am Regnen Ja, es ist wirklich einiges passiert Wir haben, wie gesagt, die Kernreaktoren Äh, wo war das andere da? Biodum Stufe 2 haben wir ja auch schon aufgebaut, richtig, ne? Da gab's dann auch, oh Gott, was können wir denn noch alle machen? Äh, 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 Maschinenoptimiererkörper bauen Seewassersammler können wir jetzt bauen Äh, äh, äh Altengenerator hatten wir ja schon, Biodum haben wir ja auch schon, ey Äh, 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 guck mal hier Das ist schön, Biomasse rennt, läuft, Luftdruck müssen wir jetzt langsam wieder erhöhen So viel, gut, ich weiß gar nicht mehr, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal, ganz ehrlich Ich weiß nicht, ich weiß es, Nimi Ist hier irgendwas Neues? Jetpack haben wir schon Ist da irgendwas Neues? Die hab ich schon Ich kann die noch bauen Die Ehrlichkeit Stiefel Stufe 3 Die hab ich noch gar nicht Mikrochipkarte Möglich, dass Die Anzeige der Karte von überall Das ist auch nicht schlecht Bauplan anheften haben wir Bauplan anheften, Stufe 2 Dann können wir mehrere machen Aber dafür fehlen uns die Methankartuschen Und, äh, ja gut Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie wir die kriegen Ich glaub, da brauchen wir irgendwas anderes für Äh, ne, nicht hier Das ist bloß allgemeine Information Äh, ist da was Baumrinde drin Ja, die können wir eigentlich schon mal wieder rausholen Bup Baumrinde brauchen wir nämlich auch später Für einiges anderes So Also Wir flitzen mal hier durch Habt ihr das noch mitgekriegt? Ich weiß es gar nicht mehr Ich glaub hier Das kann sein Bin unsicher Ich bin raus Ich weiß es echt nicht mehr Was für Bestimmt ein Raumanzug-Displayer Quasar-Quarz Und ein super Legierungsstab Wofür braucht man das? Es ist sauteuer Und macht keinen Sinn Aber wir Ach, den Drei-Bio Und Maschinenoptimierer Aber dafür Suche nach Sicherung Dafür müssen wir Sicherung haben Haben wir uns schon mal so was wie eine Sicherung mal gefunden? Was denn? Eine Sicherung mal gefunden? Glaube ich gar nicht, ne? Sonstiges Für einen Maschinenoptimierer Kommt das wieder blöd an? Kommt das wieder abgehakt bei dir? Maschinenoptimierer brauchst du noch keine Sicherung für Kommt das wieder abgehakt an bei dir? Manchmal ja Danke Schreibe ich nicht so an Ja, muss ich ja anscheinend Weil du mich ja sonst nicht verstehst Wenn ich sage Für einen Maschinenoptimierer Gehen wir mal auf die Beschreibung Suche nach Sicherungen Und setze sie ein Um die Leistung von Maschinen In der Nähe zu steigern Wir brauchen Sicherungen Mein Schatz Oh Wenn es da steht Brauchen wir es Haben wir noch irgendwas? Nein, haben wir nicht Äh Maschinenoptimierer Ja gut Wenn wir noch keine Sicherung haben Brauchten wir ihn theoretisch auch nicht Bauen Aber Lass mal gucken Was überhaupt als nächstes kommt Das wäre vielleicht auch nicht schlecht Ist schon sehr lang her Bildschirm, Biomasse Samenverteilerakete Oh, die müssen wir Warte mal Warte, 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 warte Genau, wir haben auch eine Rakete bekommen Richtig Ich erinnere mich Ich erinnere mich Ich erinnere mich Wow Und zwar GPS-Satellite Und Karteninformationsrakete GPS-Satellite Die Pflanzenrakete Anheften Lass uns eine Pflanzenrakete bauen Lass uns eine Pflanzenrakete bauen Ich weiß, wir haben noch ein Triebwerk da Das habe ich gesehen Wow Und zwar Hier Genau Wir haben einmal ein Triebwerk Dann brauchen wir zweimal Superleggero Wir brauchen nochmal Dünger 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 ist wenn dann hinten Wenn wir es so haben Hier Nein Nein Da ist nochmal Wie ging nochmal Dünger Alge, Alge, Alge Aubergine Haben wir Aubergine? Ja Dann Alge Alge Keine Aubergine Doch haben wir Hier hinten im Ding ist Haben wir das drin Und ein Schwefel Ist hier Schwefel drin? Ist hier Schwefel drin? Nein Ist da Schwefel drin? Nein Da brauchen wir noch einen Schwefel hinten aus dem Lager Schwefel 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 geht langsam zu Ende Müssten wir auch mal Kramen Es wird Zeit Dass wir die etwas besseren Extraktoren bekommen Und einmal bitte ein Dünger Dann einmal Baumrinde Haben wir ja auch schon Und noch ein Lerma Nicht zu verwechseln mit Lima Lima Nein Lerma Die müssen Oh Müssen wir wieder Lerma-Samen sammeln Es wird langsam eng mit Lerma Ich lasse die mal liegen Jetzt weiß ich auch wieder Wofür sie brauch Ey Dankeschön Und einmal Pflanzenrakete Erhöht Moos-Ausbreitungsgeschwindigkeit Bewirkt einen globalen Herstellungsbonus Durch die Verbreitung von Bakterien Aus dem All Pflanzenmultiplikator 1250 Wer ist das Ding? Oh Die sieht ja cool aus Wow Die sieht echt mega aus Ist die schön Willst du mitgucken? Mhm Ja Ja Wo bist du denn jetzt? Ja wo bin ich denn? Ich will eine Rakete strafen ein War Das Größter Hingebaut Äh du Ja eben Gebt nicht Okay ich komme mir so Nimm die Leiter Blut der ist sie Und 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 wie sieht der aus Sie macht Lärm Oh Sehr gut unsere erste von viel also ich habe nämlich glaube ich die fische wir müssen echt viel mehr raketen starten lassen das kommt jetzt durch die rakete ja das ist richtig trotzdem müssen wir mehr raketen starten lassen im grundprinzip und es gibt da glaube ich keinen sonst wird das noch ewigkeiten dauernd wo auch guckte statt man die biomasse wie die rente und kühlen voll geil okay das wollte ich nicht ich wollte kuh drücken so biomasse läuft jetzt erst mal was du hast eine kuh drücken ja nur kann man ja was ich werde dir helfen ja ja nein so was brauchen wir denn noch was ja mach das ruhig macht das ruhig so was auch bei gotcha das find ich ja bei mir aber guck mal hier die grünen partikelchen pollen pollen sehr cool finde ich sehr sehr cool so dann was noch ich habe ich bin ich ich gucke gerne mal youtube ich gucke mir auch gerne mal so ein zwei videos an und es gibt tatsächlich ein geheimnis einen geheimen raum und da gibt es mal gucken ob ich ihn auch finde ich weiß ungefähr wo er ist ich wusste nicht dass es den gibt bis auf dass ich ihn gesehen habe das müsste ich hier irgendwo sein ist das hier oben oder hier unter wasser ich weiß es jetzt nicht müsste ich jetzt noch mal gucken schwimmen da mal hin kann ich hier schnell schwimmen geht auch sich noch mal genau gucken wo war das war das hier ich weiß es nicht mehr es gibt einen da ist er hier ist ein armer kaputter mensch ein ein vorgänger von uns nachricht lesen ihr habt mich zum sterben hierher geschickt ihr wusstet von vornherein dass es unmöglich ist es kümmert euch aber auch nicht schließlich ist alles worum ihr euch sorgt der profit und die besiedlung neuer welten wer auch immer dachte dass hier wäre eine gute idee er möge zur helle fahren vergebung war nie eurer absicht seid verdammt sentinel chao dan im jahr 30 56 im übrigens wir haben unsere erste sauerstoff multiplikator sicherung zwei stück davon der hat ein bisschen was hier gelassen für uns das finde ich ganz wie komme ich hier wieder raus das finde ich ganz nett so und das lässt mich hoffen dass es noch mehr solcher räume gibt das lässt mich tatsächlich drauf hoffen noch mehr solcher räume zu finden unfassbar äh bin ich jetzt festgepackt nein also es wird höchstwahrscheinlich doch irgendwo ein zwei versteckte räume geben wenn ihr etwas wisst sagt bitte bescheid ihr wisst bitte bitte abwied die kommentare damit und falls ihr wisst ah herrlich äh ich komme wieder zurück dann bauen wir mal einen äh pflanzenoptimierer finde ich sehr nice finde ich sehr oh sauerstoff niedrig oh scheibe jetzt sterbe ich äh nicht ich gehe nie ohne sauerstoff aus dem haus ne das hätte ich nicht geschafft bis zur base mittlerweile aber auch viel zu viel abgepackt oh guck mal war das schon immer grün ne das war dunkel aber auf jeden fall ja ja dunkel ja mal gucken haben wir hier noch was dran ja kann man mitnehmen äh wir nehmen mit äh eisen brauchen wir jetzt einen Baum ne hallo nehmen wir auch mal mit und das eisen und den Rest lassen wir jetzt mal drin mehr Platz hab ich eh nicht sexy der arme schaut da an aber er hat uns was nettes hinterlassen das hätte ich der hätte ich im Leben nicht geguckt allerdings hab ich das müsste ich nochmal überprüfen wenn ich jetzt nochmal wüsste wo es war ähm ich bringe erstmal Sachen weg äh ich weiß gar nicht was hab ich mit da pulsarquartz zack zehn stück sehr sexy oh ja was war das ne flasche unfassbar wir haben noch wir haben noch oh Gott was denn ich stand doch vor dir ist doch schön wir haben auf einmal wieder ganz viel Material wir haben ein bisschen aus mir wir haben pulsar äh pulsar sag ich schon wir haben ein paar Iridiumstäbe bekommen wir haben einen Uranstab bekommen das ist sehr gut den brauchen wir später Schwefel sehr sexy weil unser Schwefel geht langsam zur Neige äh noch ein Raketentriebswerk sexy warte mal gucken was macht der Chip ich bin neugierig was macht der Chip ha Innenwand da muss man ein bisschen was bauen ne wir haben eine Innenwand bekommen ist das sexy ist das sexy warte mal das Eisen mal weg das äh lönemil erstmal weg so das Blutverteiler Stufe 2 ja wie geht der oh ich geil zwei Wasserflaschen ich erwarte bitte zwei weiß nicht ob du es mitbekriegt hast wir haben den Blumenverteiler Stufe 2 äh ich brauche Sauerstoff was habe ich noch eine Sauerstoffflasche irgendwo haben wir Sauerstoff haben wir gleich eine Kiste für ja haben wir aber da ist nichts drin dann muss ich mir mal eben zweimal Kobalt ja ja das ist richtig äh ja ist richtig ähm ja ist immer noch richtig der Empfang statt wieder sehr schwierig zu sein bei Discord vielen lieben Dank dafür Discord weil die Hinten hört mich nicht warte ich mach mal so dann höre ich sie besser ich höre dich ich war mir nur nicht mehr sicher ob es wirklich gut ist es ist immer noch zwei äh was wollte ich jetzt äh ähm das bringt mich doch nicht durch der Lander Vibe doch jetzt erst recht jetzt brauche ich äh warte was war das äh Puff anheften nochmal zwei Superleakierungen der Typ kann man echt doppelt bauen ne ich hab nicht so viel äh Dings wo soll ich hinkommen hier runter wo ist unten hier da dort wohin runter wo die äh Schränke sind in dem Gang untere Etage sag das doch bitte kann man sich schlafen geht das ich glaub nicht ne lass ich pennen wow cool ich schlafe zimmerchen auch wenn wir es nicht nutzen können aber das meine Freunde ist eine andere Geschichte äh ich will wieder rauf ich will rauf ich will rauf ich komm ich mal raus ähm ja Blumenverteiler haben wir jetzt pack mal den denn hin wo könnten wir den denn hinpacken hier ne tu mal den hin hier oder oder da oder dort erstmal hier würde ich sagen hier Blumenverteiler Stufe 2 ich hatte auch schon eine gute Reichweite hier äh ist das hier Sinn I don't know aber könnte man mal hier hinsetzen äh klar kann man da was reinpacken Blowers on hostile planet der kann man was reinsetzen äh äh was geht das Nullensamen hab ich jetzt mal da reingesetzt was haben wir hier Schangasamen Nullensamen Sauerstoff Multipliator 300 oh die ersten Blümchen guck mal wow cool auf karger Erde überwachsen die ersten Blumen äh Besserung niedrig halt ich hab da so ein Ding im Inventar lup guck mal die ersten Blümchen sexy geil ich find's gut ich find's gut achso wie viel Strom haben wir eigentlich 400 kW verfügbar ah Prost Leute die Dinger machen nämlich 331 kW theoretisch haben wir davon jetzt wie viel haben wir davon 4 also 1200 kW sind's gerade ich hasse diese Treppe so immer noch hat sich nix geändert ja also läuft auf jeden Fall ordentlich so genau wir haben ja noch ein paar Heizungen noch für Wärme das wird nachher so heiß hier sehen zu Moos 20% ich glaub wir müssten noch ein paar Raketen starten lassen komm hier Biomasse oh wir sind bald bei Tonnen sehr nice dauert noch ein bisschen Biomasse der nächste kommt bei 35 Ton Lahrungszücher Stufe 2 irgendwann kann man auch Beete bauen hm der Baumverteiler ist 45 Tonnen Bienenstock bei 80 Tonnen oh Gott das will Cerna Baumsamen bei 500 Gramm Insekten na gut Insekten haben wir noch gar nicht da können wir ja da brauchen wir noch lange nicht drüber nachdenken Blumenverteiler Luftdruck hab ich das ich hab Blumenverteiler Stufe 2 vor dem Blumenverteiler ja was soll ich das so sagen finde den Fehler ja gut schwierig okay was läuft nicht die Wärme läuft nicht wie kriegen wir Wärme lass mal schauen was macht denn hier Wärme Heizung macht Wärme Heizung macht Wärme was macht noch Wärme was macht denn noch Wärme Seewasser Sammler oh die müssen wir auch noch bauen den können wir jetzt machen Maschinenoptimierer Schwarzpulver Uranstab haben wir gekriegt das haben wir noch das haben wir noch Schwarzpulver aber wo sollten wir die optimieren wir haben auch nur Sauerstoff Multiplikatoren zwei Sicherungen da haben wir noch viel zu wenig machst du Sauerstoff zu sagen ja der macht auch Sauerstoff das könnten wir eigentlich hier hin bald mal so stellen wir stehen hier hin Sauerstoff Multiplikatoren der geht doch hier der macht auch Sauerstoff hier ne ich glaub das machen wir äh wo war das Ding was wollte ich bauen ich hab's vergessen Multiplikator ja wo ist der da ist er zweimal Schwarzpulver anheften am besten äh Uranstab hab ich vorhin mitgebracht ich hoffe der ist noch da Schwarzpulver okay Iridium Schwefel 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 wir müssen wieder Schwefel besorgen ja äh Schwefel ist hier äh Schwefel 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 Iridium ich mach den Wohnbereich mal schick ne ja ja aber jetzt sieht schön aus hier unten sehr schön komm ich gleich auch mal gucken äh so dann noch äh zwei Eisen und ein Cobaldio müssen wir auch wieder besorgen mhm das heißt noch ein paar von den äh Erzextratoren würd ich sagen Nahrung ist äh langsam auch im Tiefstand aber geht noch und äh zwei Eisen so wo bauen wir den hin hier ich will den hier hinsetzen was für eine Reichweite hat denn der ich würde ach der Uranstab fehlt ups ups der gerade hä wieso geht das nicht hallo warum gehst du nicht wo geht's dich oh der hat aber schon ne gute Reichweite ich würde den gerne warte mal wo haben wir die goldenen Dinger hier hier hinsetzen und ne Sicherung da rein 500% mehr Sauerstoff und die sind alle da drin ja der macht jetzt 900 der macht 900 der macht wenn ich mal die Lampe ausschalten würde könnte ich das sehen 1100 ja das würde ich sagen läuft Optimierungskapazität Kapazität 5 Maschinen ja sexy nimmt er den eigentlich mit hier weiß ich gar nicht den Biodorum ich glaube nicht ne Sauerstoff ja geht den nimmt er gar nicht mit ne oder doch kann man das nur sehen ich weiß das nicht Interface anzeigen äh Sauerstoff ja geht so ein bisschen läuft so lö 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 oder sollen wir noch ein Optimierer bauen ja wenn dann noch ein Optimierer hier raus denke ich auch ne aber ich hab halt nur für Sauerstoff was macht Sauerstoff alles Biomasse äh so ein Filter sammelt sammelt schreddert cycled baumstüchter züchtet wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Erzex die Art gut die kann man ja aber machen äh jetzt wir haben ja Pflanzenröhre erzeugt Sauerstoff ja gut dann bauen wir noch einen das heißt wir brauchen noch mal zweimal Schwarzpulver äh 1 2 1 2 äh äh wir haben kein Iridium mehr Stäbe ohne Ende aber wir haben noch den 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 was kostet der Zerleger Mikrochips Superlegierung Mikrochips zerlegen wie ging den denn nochmal der war nicht so teuer Mikrochips zerlegen Silizium Magnesium komm dann machen wir eben die Schreddermaschine Silizium was war das hihihi kannst du es doch anpinnen Magnesium ne ich hab noch was anderes angepinnt Magnesium noch was hat Dekonstruktion ach Metallkartusche die brauchen wir noch Zeolit äh genau und äh Magnesium zwei Stück es regnet schon wieder so dann bauen wir eben zerlegen dann was brauchte ich noch was wollte ich bauen äh den den ne dann noch drei Superlegierungen haben wir die noch ja ne ja eins zwei drei so wo brauche ich den denn hin ich denke hier hier ne würde ich sagen äh vielleicht so oder so oder hier rein kann ich den mitten in den Gang stellen ich würde den hier rein stellen ich geht nicht weil ich im Weg schwinn so geht's so 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 okay okay dann äh muss ich mal eben was essen sonst fuhre ich gleich äh meine Bohne und trinken wir euch noch nicht mal eben einen Iridiumstab nehmen mhm ach sauer ja wie mache ich das wie klicke ich dich an kann ich dich überhaupt anklicken hab ich dich falsch gesetzt ach hier öffne Recyclingmaschine und start gut wir haben wieder etwas Iridium lalala äh das ist die Orankiste so und davon brauche ich zwei so nochmal ein bisschen Schwarzpulver uuuh uuuh dann noch Eisen Kobalt Eisen keine Kobalt und zwei Eisen den nächsten Maschinenoptimierer den packen wir dann äh für Sauerstoff hier hin weil das ist so das was bei uns beim meisten den Sauerstoff produziert ich hab den Uranstab wir können keinen bauen ich hab keinen Uranstab mehr verdammt Uranrakete was hältst du davon so ein Raketentriebpack hab ich noch na dann uah Uranrakete wo war die äh da fehlt uns nur noch also nochmal drei Kobalt und zwei Superlegierungen drei Kobalt zwei Superlegierungen drei Kobalt eins zu drei zwei Superlegierungen was Wasser achso ja komm trinken wir eben was äh Dankeschön komm ich da hoch komm ich da hoch nein wow jetzt aber eine Uran und tschüss hilfe fliegst du mit nein das bebt alles ja ja das ist die bebe der Leidenschaft die wir hier haben so jetzt warten wir ein bisschen dann fällt uns gleich wieder die Decke auf den Kopf das ist anzunehmen auf jeden Fall das ist anzunehmen genau und solange wir warten sage ich erst mal vielen lieben Dank fürs reinschauen schön dass alle da wart ich würde mich freuen wenn er beim nächsten Mal wieder reinschaut wenn das knisterne Nienchen mit ihrem Fritz fertig ist sofort hat das werde ich nämlich gleich auch ähm ja bis dahin adieu tschüss 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 tschüss